Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TechTown in dem Modpack TechWorld 2. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, habe ich heute wieder ein bisschen was für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie ihr Maschinen von Thermal Expansion sowie den SEM Day Table von Buildcraft automatisieren könnt. Und das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwer. Die Schwierigkeit darin besteht nur logisch zu denken, meiner Meinung nach. Aber wirklich andere Sachen gibt es nicht, die man so krass beachten muss. Okay, zuallererst mal, was braucht ihr, um die Maschinen zu automatisieren? Ihr braucht natürlich die Maschinen selbst. Ihr seht schon, ich habe das Kabel hier ein bisschen verlegt. Letzte Folge war das Kabel noch hier. Ich habe das Kabel jetzt nach hinten verlegt, an die Rückseite der Maschinen. Warum, werde ich euch gleich nochmal zeigen, beziehungsweise werde ich es selbst gleich auch noch sehen. Und ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Interface, beziehungsweise mehrere Interfaces, mit denen wir unsere Rezepte einstellen. Wir können mal so ein Interface hier hinstellen und da reingucken. Und dann steht hier, da steht Export Config, Exported Items und Processing. Und Processing ist der Teil, mit dem wir uns größtenteils beschäftigen wollen. Denn hier können wir unsere Rezepte einspeichern, wie auch in unserem Serversystem. Und das wird dann eben in dieser Maschine angefertigt. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal Interfaces schnappen und die überall hier drüber setzen. Und genau das gleiche auch bei den oberen Maschinen. So, dafür sind genau zwölf Stück da. Und hier können wir jetzt allerhand Rezepte einstellen. Was ihr allerdings beachten müsst, diese ME-Interfaces müssen natürlich mit eurem ME-System verbunden sein. Unser ME-System ist hier drüben. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr natürlich auch keine Rezepte, also keine Anfragen an eure Maschinen machen. Mhm. Deswegen schnappen wir uns jetzt einfach mal ein paar Cable und verbinden das Ganze natürlich noch. Denn sonst, wie gesagt, haben wir ein Problem, was das ganze Ding angeht. Was ihr auch beachten solltet, wenn ihr mehrere Interfaces in einer Reihe habt, was wir jetzt leider hier nicht haben. Wir haben die jetzt so schräg versetzt. Aber wenn ihr zum Beispiel zwei Interfaces in einer Reihe habt, oder auch 50 oder auch 200, dann braucht ihr nicht jedes Interface an das ME-System anschließen. Das geht von alleine. Das heißt, wenn ich dieses Interface anschließe, ist dieses Interface auch automatisch angeschlossen. Die beiden hier drüben aber nicht, weil sie nicht in direkten Kontakt zu dem Block stehen. Deswegen machen wir hier einfach eine Verbindung, genauso wie hier. Dann verbinden sich die mit dem, die mit dem und die mit dem. So, dass wir dann eben komplett alle miteinander verbunden haben. Und genau das gleiche brauchen wir natürlich auch hier unten. Denn auch die Interfaces sollen miteinander verbunden sein. Hier kommen wir jetzt leider, leider, ah ne, kommen wir gar nicht. Wir haben ja die Interface in den Lücken, was relativ cool ist. Das heißt, auch hier wieder das Ganze schön verbinden. So, und hier wird dann unser Kabel zusammengeführt. Und das müssen wir jetzt irgendwie von hier drüben das ganze Kabel einfach mal rüberlegen, bis wir zu unseren Interfaces kommen. Ich denke, die Kabel, die wir jetzt gerade haben, werden dafür auch nicht reichen, weil sie jetzt schon alle sind. Deswegen holen wir uns einfach mal ein paar neue. Unser schlaues ME-System kennt das Rezept dafür sogar schon. Das heißt, wir können sie craften und können hier drüben reingucken. Was unser MB-System gerade macht, ist es craftet gerade Flux Dust und NetherQuartz Dust. Und die Kabel, die wir schon fertig haben, 21 Stück an der Zahl, können wir gleich rausnehmen. Und dann gleich hier drüben weiter verbauen, sodass wir dann eben unsere Interface verbunden haben. Ihr seht, die Kabel blinken jetzt hier drüben. Also immer wenn dieser Lichtblitz aufleuchtet, sage ich mal, updatet sich das ME-System. Das bedeutet, alle Interfaces sind jetzt miteinander verbunden. Und dementsprechend können wir jetzt auch Anfragen machen, sofern wir Anfragen haben. Haben wir jetzt aber noch nicht, weil wir noch nichts eingestellt haben. Das müssen wir ebenfalls noch tun. Dafür müsst ihr aber auch die Input- und Output-Seiten der Maschinen ändern. Ihr seht es zum Beispiel gerade, ja, bei allen Maschinen ist der Output, er wird nicht der Output, der Input, in westlicher Richtung. Das heißt, hier ist überall Input, Input, außer bei dem Induction-Smeter. Da ist es woanders. Aber wir wollen natürlich unseren Input an das Interface anpassen, denn unser Interface muss uns ja die Items geben, damit wir in der Maschine was machen können. Beispiel hierfür, wir haben jetzt unseren Pulverizer und wenn wir hier drüben jetzt was einstellen, haben wir hier ein Konfigurationsmenü, wo unser Zahnrad ist und da müssen wir jetzt natürlich unsere Sachen einstellen. Mit Shift-Links-Klick resettet ihr alle Sachen, das heißt, die Maschine hat gar keinen Input, gar keinen Output mehr. Ich mache das immer relativ gerne, weil ich dann eine bessere Übersicht habe. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, oben, das heißt, oben ist das Interface, ist der Input in diese Maschine. Hier kommen Items rein. Das heißt, unser Interface, unser ME-System kann dieser Maschine jetzt schon mal Items geben. Was soll die Maschine mit den Items machen, weiß ich noch nicht, denn wir haben überhaupt noch nichts eingestellt. Da die Maschine ihre Items auch wieder ausgeben soll, beziehungsweise die weiterverarbeiten soll, müssen wir auch eine Output-Seite einstellen. Das kann jetzt entweder rechts sein, weil wir zum Beispiel von einem Pulverizer, wenn wir irgendein Ohr haben, zum Beispiel jetzt mal Iron-Ohr, ich weiß nicht, ob wir davon was haben, haben wir sogar. Wenn wir das jetzt einfach mal hier drüben reinlegen würden, da ist jetzt leider kein Strom drauf, aber als Beispiel, dieses Iron wird dann pulverisiert, dann bekommen wir Iron-Dust und wir können entweder sagen, der Iron-Dust soll wieder durch den Output an der unteren Seite, was dann das hier wäre, in das ME-System geleitet werden, oder der Iron-Dust soll direkt in den Redstone-Furnace geleitet werden, sodass wir das gleich zu Iron-Ingots weiterverarbeiten können. Und das müssen wir eben entscheiden, wollen wir das so, wollen wir das so, je nachdem, wie wir eben unser Rezept eingestellt haben. Ich persönlich würde sagen, wir machen das Ganze so, dass es immer direkt ins ME-System geht. Dafür können wir das Interface benutzen. Das Ganze fungiert nämlich wie eine Kiste, die auch alle Items, die es bekommt, wieder ins ME-System einfach reinwirft. Das heißt, wir stellen unsere Output-Seite einfach nach unten und dann flubschen die Items praktisch von hier oben, kommt Iron-Oar in die Maschine, es wird verarbeitet und der Iron-Dust kommt dann hier unten über das Interface wieder zurück ins ME-System. Und damit wir das Ganze jetzt auch mal anschalten können, nehmen wir uns einfach mal ein Tesseract und knallen das hier irgendwo ran, wo ist eigentlich relativ egal. Auch hier wieder Main-Power von unserer alten Base. Die neue Base, wie gesagt, müssen wir noch den Strom betreiben. Ich zeige euch in sehr, sehr geraumer Zukunft, warum das Ganze so ist. Und wir haben wieder Item und Fluid-Mob-Block. Wir haben nur Receiving Energy. Das heißt, unsere Maschinen sollten jetzt alle schon aufgeladen sein. Sogar der Energy-Infuser, also alle Sachen, sind jetzt auf voller Lutsche. Ihr seht, hier drüben sind 480.000 RF drin. Und jetzt können wir zum Beispiel hier oben ein Rezept einstellen. Dafür brauchen wir einen Pattern-Encoder. Den haben wir in unserer alten Base stehen. Hier haben wir den leider noch nicht. Das heißt, wir craften uns einfach mal ein. Dafür brauchen wir noch eine Crafting-Table. Dafür brauchen wir Wood. Oh, jetzt wird wieder ewig crafted hier. Na, ist relativ doof, aber naja. Was sollen wir denn tun? Und wir brauchen noch eine Conversion-Matrix. Die haben wir eingespeichert. Können wir uns craften lassen. Seht ihr, das drüben hier macht er gerade. Warten wir ganz kurz. Und dann können wir uns das Ganze hier auch craften. So, da haben wir unseren Pattern-Encoder und wir brauchen natürlich auch Blank-Patterns. Wir machen jetzt einfach mal zwei Stück. Die sind überhaupt nicht teuer herzustellen, aber einfach nur zur Demonstration. Okay, unser Pattern-Encoder kommt jetzt einfach mal hier hin. Und ihr seht, hier habt ihr drüben ein ganz normales Crafting-Feld. Und hier habt ihr das Item, beziehungsweise das Produkt, das dann eben rauskommen soll. In unserem Fall gibt es jetzt kein Crafting-Rezept dafür. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Iron-Erz in euren Crafting-Table legen. Dann bekommt ihr kein Iron-Dust raus. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal Iron-Erz in den Pulverizer. Ihr seht, das Ganze hier fängt an zu arbeiten. Ich nehme das jetzt einfach mal hier drüben raus. Nein, das ist im E-System war schneller als ich. Verdammt. Iron. Jetzt haben wir nämlich Iron-Dust vs. Pulverized Iron hier von Thermal Expansion. Ich würde nur gerne wissen, ich mache mal ganz kurz das Ding hier aus. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir zwei oder ein, aber nein, wir bekommen zwei Iron das draus. Sehen wir jetzt gleich. Tada, zwei Pulverized Iron. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder auf Output stellen, dann wird das rausgesogen und ins E-System gelegt. Schwieriges Wort. Okay, und ja, wir können das natürlich nicht sagen. Wir könnten jetzt nicht einfach sagen, Iron-Erz wird zu Pulverized Iron. Deswegen gehen wir hier hin, legen hier drüben Iron-Erz rein und das M-Produkt, das können wir auch angeben, legen wir einfach zwei Pulverized Iron rein, klicken auf Encode, dafür brauchen wir eine Diskette, klicken auf Encode und jetzt bekommen wir hier eine ME-Encoded Pattern. Und da steht Crafts 2 Pulverized Iron with 1 Iron Inget. Und diese Pattern oder ja, diese Diskette legen wir jetzt in unser Interface über den Pulverizer. Das heißt, hier oben legen wir das Ganze jetzt rein. Und hier steht, hier ist jetzt das Produkt, das ihr damit craften könnt. Und wenn wir jetzt an unser ME-System gehen und einfach mal nach Iron suchen, dann wird jetzt noch zwei Pulverized Iron Dust drin. Wenn wir jetzt aber hier hingehen und Pulverized Iron Dust bestellen, klicken wir einfach hier drauf, ihr seht, da steht Craft dran. Und wir können jetzt 64 davon craften. Das Eisen hier wird weniger, habt ihr gesehen. Und das Eisen ist jetzt hier drin, 32 Stück natürlich, weil ein Iron zu zwei Iron Dust wird. Das heißt, wir brauchen nur die Hälfte an Iron und das Ganze wird jetzt hier verarbeitet. Und der Iron Dust, den wir eben wollen, wird hier drüben dementsprechend mehr. Jetzt wollen wir aber nicht Iron Dust in unserem ME-System haben, sondern wir wollen fertige Iron Ingets haben, was natürlich logisch ist. Und deswegen sagen wir jetzt einfach, wir können hier nicht sagen, Iron, also Iron Dust wird einfach zu Iron. Müssen wir auch wieder hier drüben einstellen. Das heißt, wieder das Kette oben rein. Wir nehmen ein Pulverized Iron Dust und sagen, das Ganze wird zu einem Iron Inget. Klicken wieder auf Encode und legen das jetzt in das Interface über unser Redstone Furnace. Davor aber auch hier wieder einfach mal Shift-Links-Klick machen und die Konfiguration davon richtig machen. Das heißt, oben ist Input, da wo das Interface ist, wird das Ganze reingebracht in unseren Redstone Furnace. Und unten ist wieder der Output, orange ist übrigens über Output. Und jetzt können wir einfach wieder unsere Diskette nehmen, können jetzt hier einen Iron Bar bestellen sozusagen. Und wenn wir jetzt einfach hier drüben hingehen und uns einfach mal, ihr seht, wir haben jetzt 164.000 Eisen. Wir können da nicht einfach auf Craft klicken, dafür könnt ihr einfach mittlere Maustaste drücken, dann kommt ihr direkt in das Menü und jetzt bestellen wir uns einfach mal 64 Iron. Das heißt, unser Iron Dust, den wir gerade noch hatten, der wird jetzt weniger. Und wir sehen hier drüben, es wird jetzt gerade Iron Dust hergestellt, um Iron herzustellen. Das heißt, hier drüben wird Eisen zu Iron Dust gemacht und hier wird Iron Dust zu Iron gemacht. So haben wir eine automatische Fabrik sozusagen. Das heißt, wir können jetzt, sofern wir die Materialien, in dem Fall Iron Ingot, haben in unserem E-System, fertige Iron Ingotts bestellen. Ist jetzt über den Weg ein bisschen komplizierter, aber so können wir unsere Erze auch verdoppeln. Das heißt, wir bekommen von den, wie viel Eisen haben wir, irgendwas mit 1000, 1600 Iron Erz, bekommen wir eben 3200 Iron Ingotts. Was dann eben schon deutlich mehr ist, als das, was man kennt. Oder? Ich glaube schon. Okay, und das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch mit mehreren Maschinen machen. Praktisch ist das zum Beispiel bei Sachen wie mit dem Redstone Energy Conduit. Das ist ein relativ aufwendiges Rezept, sage ich mal. Dafür braucht ihr zuerst mal Redstone Energy Conduits, die empty sind. Die craftet ihr euch aus harnerem Glas und Elektrum. Elektrum Ingot müsst ihr euch auch machen, indem ihr hier Electrum Blend schmelzt. Dafür braucht ihr Silberdust und Golddust. Das heißt, man könnte einstellen, dass Elektrum Blend komplett automatisiert hergestellt wird. Und wenn man das dann eben hat, muss man eben das leere Redstone Energy Conduit über Distableized Redstone zu einem Redstone Energy Conduit machen. Und dafür braucht man eben den Magma Crucible, der dann zum Beispiel Redstone, was wir jetzt hier drüben einfach mal holen. Das heißt, wir legen einfach mal Redstone hier drüben rein. Zack. Der wird das Ganze dann eben schmelzen. Und ihr seht, der Output ist auf der rechten Seite. Das heißt, alles, was hier hergestellt wird, wird direkt nach rechts weitergelandet in den Fluid Transposer. Und hier drüben landet dann so eine Destabilized Redstone. Und hier könnten wir jetzt leere Energy Conduits reinlegen und die werden dann zu vollen Energy Conduits. Und das müssen wir unserem ME-System oder müssen wir unserem ME-System natürlich auch beibringen, wenn wir das haben wollen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht. Ich habe euch jetzt einfach nur mal die Basics gezeigt oder eben was Einfacheres, wie zum Beispiel das Eisen. Aber das könnt ihr eben beliebiger weitern. Mit dem Energy Infuser ist eigentlich dasselbe. Also ihr könnt sagen, wenn ihr ein leeres Tool habt, dann soll das zum vollen Tool werden. Aber was relativ interessant noch ist, wäre zum Beispiel den Induction Smelter. Dafür können wir uns einfach mal Badrock Alloy in Get holen. Das wäre dieses hier. Dafür brauchen wir, wie gesagt, Badrock Dust und Steel. Hier, ich glaube, Badrock Dust haben wir sogar noch ein bisschen was. Ne, leider nicht. Aber wir haben Badrock Inget, was uns gar nicht so viel bringt, leider. Okay, dann lassen wir das sein. Habe ich leider nicht die Materialien dafür. Aber eine Sache können wir machen. Und zwar Harder Nick Glass. Brauchen wir immer wieder für mehrere Sachen Harder Nick Glass hier. Dafür brauchen wir Obsidian Dust und Lead Inget, beziehungsweise Lead Dust. Das ist eigentlich relativ egal, was ihr dafür verwendet. Obsidian Dust ist auch wieder eine Sache, die wir uns herstellen können. Ihr seht, ich habe das jetzt über Industrial Craft 2 gemacht, weil es schneller geht normalerweise. Aber wir können natürlich auch einfach hingehen und einfach mal Obsidian pulverisieren. Wir machen das Ganze hier wieder ganz kurz aus. Und dann bekommen wir hier vier Pulverized Obsidian raus. Und jetzt können wir hier wieder einstellen, dass... Oh, wir brauchen wieder Pattern. Habe ich ganz vergessen. Pattern. Wir machen mal einen Stack davon. Na, da sind sie fertig. Schneller Server haben wir da eher. So, und jetzt sagen wir einfach, aus einem Redstone, äh, einem Redstone, also einem Obsidian, werden vier Obsidian Dust, klicken auf den Code und werfen das einfach in das gleiche Interface, wie auch unser Iron ist. Das heißt, ihr habt hier Platz für zehn Rezepte, glaube ich, oder? Sind das zehn? Äh, nee. Acht. Neun. Neun Rezepte habt ihr. Neun Rezepte, genau. Und jetzt können wir auch hier drüben hingehen und Obsidian Dust vom Thermal Expansion bestellen. Zum Beispiel einen Stack dafür. Und dann seht ihr, die Maschine hier drüben fängt an zu ackern. Und jetzt können wir noch zum Beispiel einstellen, dass, ähm, wir Hardene Glass herstellen können. Denn auch Hardene Glass gibt kein, äh, spezifisches Crafting Rezept dafür. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ihr könnt nicht einfach Obsidian Dust und Lead Inget in ein Crafting Feld legen und bekommt daraus, ähm, Hardene Glass. Aber ihr müsst das eben so umdenken, dass die Maschine aus diesen beiden Materialien, äh, das Endprodukt macht. Und deswegen holen wir uns einfach mal ein bisschen Lead und wir holen uns Obsidian Dust, was wir auch schon haben. Und sagen jetzt einfach, ähm, haben wir Hardene Glass noch? Hardene Glass, haben wir sogar noch. Awesome. Okay. Äh, Hard. So, davon bekommen wir zwei Stück, das müssen wir uns merken. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Obsidian Dust. So, holen wir uns mal ganz kurz raus. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr müsst im MME-System, oder nicht im MME-System, sondern den Maschinen, nur sagen, welche Materialien es verwenden soll, um was herzustellen. Und deswegen brauchen wir einfach mal, die Anordnung ist völlig egal. Das heißt, wir können jetzt einfach nur vier, na, komm schon, äh, machen wir es so, nehmen das hier wieder raus und machen hier, nein, verdammt. Acht, jetzt haben wir es, okay. Okay, acht Obsidian, also acht pulveres Obsidian und ein LED-Inget werden zu, äh, nicht so, zwei, 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 zwei. Jetzt haben wir zu viele gemacht. Jetzt haben wir wieder zu viele gemacht. Na, komm schon, willst du mich verarschen gerade? Jetzt haben wir zwei, okay, sehr cool. Das heißt, Obsidian und LED-Inget wird zu zwei Harden-Glas. Klicken wir auf Encode und werfen das Ganze über unseren Induction-Smeter in das Interface. Aber bevor wir das jetzt bestellen können, auch wieder hier das Ganze wieder ändern. Das heißt, oben Output, unten, äh, oben Input, unten Output. Und jetzt können wir hier drüben einfach hingehen und Harden-Glas bestellen. Zum Beispiel mal zehn Stück. Dann seht ihr, der crafter jetzt gerade noch Pulverized Obsidian Dust, weil wir das eben rausgenommen haben. Das heißt, er pulverisiert Obsidian, wirft das gleiche hier drüben rein und schmilzt das Ganze zu Harden-Glas, was dann direkt im Emry-System landet. Okay, ich hoffe, ihr habt es wohl ungefähr verstanden, wie ihr die Maschinen automatisieren könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich beliebig erweitern. Ähm, wie gesagt, ihr müsst einfach immer nur sagen, ihr, ähm, du sollst mit den Items das Rezept machen. Äh, auch wenn es das Rezept so im Crafting-Termin nicht gibt. Ihr müsst nur der Maschine eben die Items sozusagen zur Verfügung stellen, die sie benutzen sollen. Ich hoffe natürlich, euch habt's, äh, euch habt's, ihr habt's verstanden. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns morgen wieder bei der neuen Före Tech Town. Und ansonsten, macht's das soweit. Haut rein, habt einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.